Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu meinem Podcast, zu meiner aller, allerersten Folge. Ich glaube selbst nicht, dass ich hier das gerade tue. Ihr habt so oft danach gefragt, ihr habt so oft mir geschrieben und mich auch nach dem Podcast gefragt, ob ich denn schon einen habe. Nein, hatte ich bis jetzt noch nicht. Das hier ist meine erste Folge. Und in dieser Folge möchte ich euch meine Geschichte erzählen. Und bevor ich aber damit starte, für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Vika, ich bin 30 Jahre jung, ich bin Unternehmerin und Mutter einer Zweijährigen und ich bin Mentorin. Und das ist das, was mich tagtäglich aufstehen lässt. Es ist andere Frauen, die mich motivieren dazu, die mehr vom Leben wollen, die für mehr bestimmt sind. Denn ich glaube so sehr daran, dass wir alle für mehr bestimmt sind. Und das ist das, was mich aufstehen lässt jeden Morgen. Denn ich fühle mich dazu berufen, diese Frauen in ihre Kraft zu bringen. Und ehrlicherweise muss ich gestehen, dass es gar nicht so uneigennützig, wie sich das Ganze anhört. Denn ich sehe in diesen Frauen mich. Und eigentlich unterstütze ich mich in jeder dieser Frauen, denn ich transformiere genauso mit diesen Frauen. Ich wachse mit diesen Frauen, ich lerne durch diese Frauen. Und eigentlich ist es eine Win-Win-Situation. Wir wachsen und entwickeln uns alle zusammen. Und es ist unglaublich schön. Es erfüllt mich total in meinem Leben. Und ich muss auch hier wieder sagen, das, was ich hier gerade mache, ist wieder Komfortzone verlassen. Und sowas von Wachstum für mich. Ich glaube, wir haben drei Stunden dieses Set hier aufgebaut. Unbewusst wahrscheinlich waren es meine Programme, die mich davon weglenken wollten, diese Aufnahme hier endlich zu starten, diesen Podcast hier endlich zu starten. Kurz vorher hatte ich kurzen Nervenzusammenbruch. Also was ich damit sagen möchte ist, jeder Anfang ist schwer und wir haben immer damit zu kämpfen. Es ist nie etwas, was einem total einfach vom Schoß fällt. Es ist immer, immer eine Herausforderung und es ist immer Wachstum. Und mein Tipp hier direkt mal, den ich mir selber gerade gegeben habe, wenn du etwas Neues startest, dann nimm auch etwas Altes mit. Das bedeutet, wenn du etwas Ungewohntes Neues, in etwas Ungewohntes Neues gehst, dann fühlst du dich viel wohler und sicherer, wenn du etwas mitnimmst, was du schon kennst, was für dich gewohnt ist. So wirst du dich besser fühlen. Genau, und deshalb habe ich euch meine Geschichte mitgebracht. Das ist etwas Gewohntes für mich. Ich habe schon öfter meine Geschichte erzählt und deshalb starten wir diese erste Folge mit meiner Story, wie ich überhaupt hier zu all dem gekommen bin und hier gelandet bin. Wie gesagt, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin 30 Jahre jung und natürlich war das alles nicht immer so. Und es war auch nicht immer meine Mission, die Frauen in ihre Kraft zu bringen. Und es war auch nicht immer meine Mission, selbst mich weiterzuentwickeln. Das alles, also so mein Wendepunkt in meinem Leben war tatsächlich, nein, bevor wir damit starten, starten wir erst mal mit meiner Auswanderung beziehungsweise mit der Auswanderung meiner Eltern nach Deutschland. Ich bin ursprünglich aus Usbekistan und mit acht Jahren sind wir nach Deutschland ausgewandert. Und das war auch schon ein Riesenschritt, auch für mich als Achtjährige, denn ich habe meine Heimat verlassen, sehr viel Gewohntes losgelassen und verlassen, um in etwas Neues zu gehen. Einerseits war das das Schwerste, aber gleichzeitig weiß ich heute, dass es auch das Beste ist, was wir immer und immer wieder tun können, denn nur so wachsen wir. Wir sind 2001 nach Deutschland ausgewandert und da waren so meine ersten Schwierigkeiten, überhaupt hier anzukommen, weil ich sehr meine Großeltern vermisst habe. Ich bin von meinen Großeltern auch zum Teil auferzogen oder erzogen worden. Ich bin mit ihnen zusammen aufgewachsen. Ich war viel bei meinen Großeltern. Ich war viel mit meiner Familie, mit meinen Tanten. Und das hat mir natürlich sehr, sehr gefehlt. Spulen wir ein bisschen vor. Schule, all das. Ich habe mich immer so ein bisschen anders gefühlt, habe mich aber natürlich immer angepasst, so wie wir das alle machen. Habe mir größte Mühe gegeben, normal zu sein. Ich bin heute der Meinung, dass keiner von uns normal ist. Und was ist denn schon normal? Und es ist cool, nicht normal zu sein, obwohl ich früher gedacht habe, es ist genau andersrum. Ich wollte normal sein, damit ich cool bin. Also habe ich genau die gleichen Dinge getan, wie alle getan haben. Das Normale halt eben, um dazuzugehören. Wir wollen eben, wir Menschen wollen immer dazugehören. Und genau, das war so, wie gesagt, spulen wir vor, das war so der normale Alltag. Nichts davon war normal, aber der normale Alltag. Und ich hatte auch meine Höhen und Tiefen und Schwierigkeiten, aber darum soll es nicht gehen. Ich will direkt mal auf den Punkt kommen, wo ich meine Wendung hatte. Ich bin ein Mensch, ich bin aus der Schule raus und hatte nicht das Bedürfnis, direkt eine Ausbildung zu machen, weil ich mir gedacht habe, hey, okay, gut, erstens kann ich mich überhaupt jetzt noch nicht entscheiden, was ich mein Leben lang dann machen möchte. Und zweitens war ich nicht ready, drei Jahre zu knechten. Für was? Für was genau? Und habe da mich schon relativ früh zu entschieden. Ich möchte selbstständig sein. Ich habe es bei meinem Dad gesehen. Mein Dad war immer selbstständig. Und ich hatte auch einfach dieses Bedürfnis dazu, frei zu sein, weil ich mit der Selbstständigkeit eben die Freiheit verbunden habe. Und ich habe immer neben der Schule gearbeitet. Ich weiß, was es bedeutet, für jemanden zu arbeiten. Ich weiß, was es bedeutet, auch harte Jobs zu machen. Ich habe in der Küche mal gearbeitet. Ich habe geputzt. Ich habe Zeitung ausgetragen. Ich habe im Büro gearbeitet. Also ich habe alles gemacht. Und mir war klar, ich möchte mein eigener Chef sein, weil ich, wie gesagt, mit der Selbstständigkeit die Freiheit verbunden habe. Und mit 21 habe ich mich dann dazu entschlossen, vorher habe ich so ein bisschen da probiert, hier probiert und das probiert, habe mich aber dann dazu entschlossen, dass ich meine eigene Firma gründen möchte. Und das mit meinen Eltern, weil ich habe ja nichts gelernt. Also ich hatte ja nichts, wo ich mich, also kein Beruf, den ich erlernt habe, wo ich mich dran hangeln kann. Aber ich habe sehr viele Erfahrungen gesammelt tatsächlich in den ganzen Jahren meiner Nebentätigkeiten. Und vor allem habe ich mich aber in dieser Zeit extrem entwickelt, sodass ich das Vertrauen in mich hatte, dass ich es mit meinen Eltern zusammen zu etwas bringe. Das ist auf jeden Fall Sinn, auch mit meiner Tante zusammen, weil wir hatten ein Import-Export-Geschäft. Und genau, super spannende Erfahrung, die beste Entscheidung meines Lebens. Egal, wie hart es war und manchmal war es wirklich sehr, sehr hart. Es war für mich Wachstum pur und ich habe, wie ihr euch vorstellen könnt, mit 21 Entscheidungen treffen müssen, die man mit 21 nicht trifft. Und das hat mich auch dazu gebracht, dass ich sehr risikofreudig, selbstbewusst und vor allem verantwortungsbewusst geworden bin. Denn mit 21 Entscheidungen, die viele Menschen betreffen, viele Faktoren werden einfach da beeinflusst. Von meiner einen Entscheidung ist einerseits mega viel Druck, aber gleichzeitig, wenn du dann den Dreh so ein bisschen raus hast und alles ist Übung, alles ist Training, dann merkst du, dass du dir sowas zutrauen kannst. Und das bringt wieder dazu, dass du viel mehr Selbstbewusstsein hast, Dinge zu tun und an dich glaubst auch einfach. Genau. Und das war eine sehr, sehr wichtige und interessante Zeit in meinem Leben. Das war auch die Zeit, wo ich gemerkt habe, also nach eineinhalb Jahren der Selbstständigkeit in der Firma mit meinen Eltern zusammen, habe ich für mich gemerkt, dass da mir fehlt etwas. Und ich war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher. Ich dachte, okay, wenn ich mehr Geld, ist es Geld. Wenn ich mehr Geld verdiene, werde ich mehr Möglichkeiten haben, mehr Freiheit haben, mehr Spaß bei der Arbeit haben, weil wenn du mehr Geld verdienst, dann macht es dir auch mehr Spaß. So, das war so mein Denken, mein Horizont zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Es war so um die 2014, 2015 rum. Und so wie wir es halt eben in der Schule und in unserem Elternhaushalt gelernt haben, wenn wir uns für etwas entschieden haben, dann müssen wir natürlich auch durchziehen. Wie gesagt, nach eineinhalb Jahren habe ich schon gemerkt, irgendwie fehlt mir hier was, habe es aber weiterhin durchgezogen. Und erst 2016 hatte ich einen Autounfall. 2016, also zwei Jahre, 2014 haben wir die Selbstständigkeit gestartet, zwei Jahre später gab es einen Weckruf von meiner Seele, dass ich nicht in die richtige Richtung mich bewege. Also ich habe diesen, mein Autounfall hat sehr viel verändert. Das war mein Wendepunkt, mein Weckruf in meinem Leben. Und es war ein Autobahnunfall, also auf der Autobahn. Es war schon sehr ernst. Ich bin in ein LKW reingefahren und ich war auch nicht alleine im Auto, sondern mit meinem Bruder zusammen. Und es hat uns, es hat sehr, sehr viel mit mir gemacht, mit uns gemacht. Nach dieser Zeit war nichts mehr wie vorher. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe, nach mehr im Leben zu suchen. Das war der Moment, wo ich für mich verstanden habe, es hätte einfach vorbei sein können. Und das Leben, was ich bis dato geführt habe, ist es wirklich das Leben, was ich führen möchte in meinem Leben? Ist es wirklich das, was ich mir vorgestellt habe? Das war so dieses typische, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Ich habe mir die Frage gestellt, war es das? Ist es alles, was das Leben zu bieten hat? Und natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber ich habe mich immer und immer wieder, weil ich nicht andere Möglichkeiten und Optionen in meinem Leben gesehen habe, mich dafür entschieden. Und das ist mir in diesem Moment bewusst geworden. Und es war sehr, sehr emotional, vor allem auch die Verantwortung, dass mein Bruder neben mir als Beifahrer saß. Und ihr kennt alle diese Geschichten, dass meistens der Fahrer überlebt und die Beifahrer nicht. Ich habe drei Monate nach diesem Unfall meinen Bruder nicht ansehen können, ohne zu heulen. Wenn er nicht mehr da wäre, ich hätte es mir doch niemals in meinem Leben verziehen. Diese Emotionen, die Erfahrung, die ich da gemacht habe, und jetzt haltet euch fest, wir sind in ein LKW reingerast, auf der Autobahn, und wir hatten keinen Kratzer. Und ich bin ein Chevrolet Matisse gefahren. Ein Spielzeugauto, Leute, das ist nur Blech, nur ein bisschen Blech. Fühlt sich übrigens auch so an, wenn man über 100 damit fährt, als würde man in einem Spielzeugauto sitzen. Also, versteht ihr? Und es ist unglaublich, ich will auch gar nicht so nah auf dieses ganze Ereignis eingehen, darum geht es gar nicht, sondern das, was es mit mir gemacht hat und wie viel das in mir ausgelöst hat. Und ich habe vor ein paar Tagen noch darüber nachgedacht, und mir ist bewusst geworden, dass ich auch in diesem Moment, als ich gemerkt habe, dass ich die Kontrolle über das Auto verloren habe, ich habe losgelassen. Und das ist meine größte Herausforderung in meinem Leben. Also, erste Folge direkt, ich ziehe direkt die Hose aus. Die Kontrolle loszulassen oder auch einfach loszulassen und zu vertrauen, das ist der Grund, warum ich tagtäglich meditiere, weil ich schon sehr und mein Verstand sehr darauf geprägt ist, die Kontrolle zu behalten und alles kontrollieren zu wollen und nicht loslassen zu können. Und das waren so meine ersten Erfahrungen mit dem, dass es heute, jetzt sofort in dieser Sekunde hätte vorbei sein können mit meinem Leben. Was hatte ich aber bis dato gelebt? Ich habe doch noch nicht mal gelebt, ich habe ja noch nicht mal angefangen. Denn die Vika von damals hatte die Vorstellung, ich arbeite jetzt ganz viel, verdiene sehr, sehr viel Geld und dann habe ich die Zeit und die Möglichkeit zu leben. Dieser Gedanke geht nicht auf. Denn in den meisten Fällen hört dieses Arbeiten bis irgendwann mal niemals auf, dieses Irgendwann in der Zukunft, wo ich frei sein werde, wird niemals eintreten. Und das ist mir in diesem Moment einfach bewusst geworden. Und genau in diesem Moment, nach diesem Unfall, ich sage auch immer wieder, das ist das Schlimmste und gleichzeitig das Beste, was mir hätte jemals passieren können. Denn es hat mich komplett umgedreht. Ab diesem Tag habe ich angefangen, nach Antworten zu suchen. Ich habe angefangen, nach mir zu suchen. Nach dem, was ich denn wirklich möchte. Was für ein Leben möchte ich denn leben? Und welche Erinnerungen möchte ich hinterlassen? Welche Erfahrungen möchte ich... Oh, ich habe Gänsehaut gerade. Welche Erfahrungen möchte ich machen? In diesem Leben. Und all diese Fragen habe ich unter anderem aus Büchern. Ich habe mir Bücher geholt und von Menschen gelernt und gelesen, die schon das erreicht haben, wo ich hin möchte. Ich habe da zum ersten Mal in meinem Leben, das ist ja das Spannende, weil wir ja so nach unseren alten Programmen handeln. Ich hatte da einfach noch nicht den Horizont, noch nicht die Weite des Lebens. Also ich habe noch keine Möglichkeiten gesehen, keine Optionen in meinem Leben. Was habe ich also gemacht? Ich hatte halt immer noch meine Theorie, dass wenn ich mehr Geld verdiene, werde ich glücklicher. Also bin ich in eine Buchhandlung gegangen und habe dort nach Büchern gesucht, wie ich mehr Geld verdiene. Also ich habe wirklich vor dem Wirtschaftsregal gestanden und habe da nach Büchern gesucht, wie ich denn es lernen und schaffen kann, mehr Geld zu verdienen, mein Business auf den Next Level zu bringen. Und zum Glück ist mir ein Buch von Bodo Schäfer in die Hände gefallen. Und ich habe dieses Buch gelesen, die Gesetze der Gewinner, das war so mein erstes Buch in diese Richtung. Ich habe dieses Buch gelesen und ich habe die ganze Zeit, während ich dieses Buch gelesen habe, darauf gewartet, dass endlich mein Schritt-für-Schritt-Anleitung kommt, meine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich denn jetzt mein Business skalieren kann oder vergrößern kann, wie ich denn jetzt endlich mehr Geld verdienen kann. Stattdessen habe ich sehr oft das Wort Persönlichkeitsentwicklung gelesen. Damit konnte ich noch gar nichts anfangen. Ich habe es bis dato noch nie gehört. Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung. Und irgendwann mal hat es mich so genervt, dass ich das Buch weggelegt habe und mir gedacht habe, was ist denn diese Persönlichkeitsentwicklung? Anscheinend die Menschen, und ich habe dann auch weitere Bücher gelesen und auch in diesen Büchern stand was von Persönlichkeitsentwicklung. Und dann ist mir so, es hat mich mega getriggert, es hat mich mega genervt, weil ich wollte doch meine Schritt-für-Schritt-Anleitung haben. Ich wollte, dass mir jemand sagt, wie ich denn glücklich und erfüllt werde in meinem Leben. Wie ich denn ein Leben mit Bedeutung aufbaue. Wie ich denn, versteht ihr, ich habe nach dem Wie, ich wollte, dass mir jemand sagt, dass mir jemand sagt, wie ich es tun soll. Und genervt habe ich dann irgendwann mal diese ganzen Bücher beiseite gelegt und habe gedacht, okay, Vika, wenn diese Menschen, die offensichtlich mehr erreicht haben als du, von Persönlichkeitsentwicklung sprechen, dann schaust du dir jetzt an, was Persönlichkeitsentwicklung ist. Und ich habe mir noch mehr Bücher zu diesem Thema gesucht und gefunden. Und habe noch mehr, ich habe zu diesem Zeitpunkt, ich habe gemerkt für mich, ich brauche einfach Menschen, ich brauche Menschen, die schon dort sind, wo ich hin möchte. Und ich muss verstehen, wie diese Menschen ticken, wie sie denken, wie sie leben, was sie tun, wie sie handeln, wie sie denken, wie ihr Mindset eben ist. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe, immer mehr und immer mehr mich mit der Persönlichkeitsentwicklung und mit mir selbst zu beschäftigen und mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und das hat definitiv auch super viel verändert in meinem Leben. Es hat aber dann nochmal ein Jahr gedauert, bis ich mich dann über mich hinausgewachsen bin, bis ich mich getraut habe, Dinge zu tun, die mir Freude bereiten, bis ich diesen Konstrukt in meinem Kopf loslassen konnte, dass ich etwas tun muss, weil ich habe mich dazu entschieden und jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Und ich war nach wie vor in der Firma mit meinen Eltern und auch nicht glücklich, aber ich habe meinen Job dort getan und habe mich in der freien Zeit, die ich hatte, persönlich weiterentwickelt. Ich habe in mich investiert. Ich habe Bücher gelesen. Ich habe mir Videos und Podcasts, nein, Podcasts gab es noch nicht. Ich habe mir Videos angeguckt auf YouTube, von den Menschen, die über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen haben, die schon das erreicht haben, wo ich hin möchte. Und das hat natürlich auch meinen Horizont erweitert. Das hat mein Mindset erweitert. Das hat sehr, sehr, sehr viel mit mir gemacht. Jedoch war das auch sehr viel in der Theorie. Ich bin da zum ersten Mal auch mit Dingen in Berührung gekommen, wie Manifestationen und wie wir mit der Kraft unserer Gedanken unsere Realität erschaffen, was für mich damals noch so, so weit entfernt war. Ich habe das Secret gesehen in dieser Zeit. Ich habe in dieser Zeit auch relativ schnell, bin ich in einer Beziehung, also habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt und wir sind dann zusammengekommen. Das hat auch sehr, sehr viel mit mir gemacht, denn auch da sage ich, ich habe diesen Partner manifestiert. Ich habe ein Buch zu dem Zeitpunkt gelesen, wo es drin stand, dass ich mir mal bewusst werden sollte oder die Dinge aufschreiben sollte, die ich will. Und dann dachte ich so, wow, okay. Meine Mädels sagen, ich habe sehr, sehr hohe Ansprüche an einen Partner, aber eigentlich nicht. Und wie wäre es mal, wenn ich mich hinsetze und das mal aufschreibe, so wie es in dem Buch auch steht. Und ich bin nicht mal dazu gekommen, mich hinzusetzen und das aufzuschreiben. Ich bin aber die Dinge in meinem Kopf schon durchgegangen. Also was würde ich denn jetzt aufschreiben? Weil ich hatte einfach nichts zu schreiben zu diesem Zeitpunkt, als ich diese Passage gelesen habe. und habe dann tatsächlich in diesem Moment mir vorgestellt, ja, das wäre für mich interessant, das würde ich gerne haben wollen. So hätte ich gerne meinen Partner und das ist mir wichtig, das sind meine Werte. Und ich würde mich freuen, wenn mein Partner auch ähnliche Werte vertritt oder dieselben sogar. Und ich habe nur darüber nachgedacht. Ich habe darüber nachgedacht und mir vorgestellt, wie ich das Ganze aufschreibe und dachte mir, okay, ich komme dann nach Hause und dann werde ich es mir aufschreiben. Bevor ich überhaupt geschafft habe, mich hinzusetzen und mir das aufzuschreiben, habe ich Alex kennengelernt. Ist er in mein Leben gekommen. Und das Interessante war, dass er schon vorher in meinem Leben war und ich ihn nicht wahrgenommen habe. Und das ist das Spannende, dass sehr viele Dinge bereits in unserem Leben sind, wir sie aber nicht wahrnehmen, weil unser Fokus auf etwas anderes gelenkt ist. Zum Fokus und dazu kommen wir noch. Ich habe meinen Partner kennengelernt. Ich habe mir angefangen, Dinge zuzutrauen. Ich habe 2017 dann mit YouTube angefangen. Also ich habe endlich angefangen, die Dinge zu tun, die mir auch Spaß machen. Ich habe geschminkt zu dem jeweiligen Zeitpunkt, also angefangen zu schminken. Habe immer mehr Rückmeldung auch von Menschen bekommen, was auch super interessant war. Dadurch ist eine neue Möglichkeit, wie man Geld verdienen kann, entstanden. Ich habe zu dem jeweiligen Zeitpunkt auch angefangen, 2017 war das meine ich, ja 2017 auch, habe ich angefangen, mich pflanzlich zu ernähren. Also auch da in meinem Kopf, in meinem Verstand, es hat sich sehr, sehr viel umgestellt. Durch die Bücher, durch die ganzen Videos, die ich geschaut habe, hat sich sehr, sehr viel in meinem Mindset verändert. Und durch dieses Mindset haben sich auch meine Handlungen im Außen dementsprechend natürlich auch verändert. Also das, was ich vorher getan habe, mir ist bewusst geworden, dass wenn ich weiterhin so mache, werde ich nur die Ergebnisse erzielen, die ich bis jetzt habe. Wenn ich etwas anderes in meinem Leben haben möchte, wenn ich mir ein anderes Leben aufbauen möchte, das Leben meiner Träume, dann darf ich auch meine Handlungen verändern, etwas Neues in mein Leben lassen. Erst sind das die neuen Gedanken, neue Möglichkeiten, neue Geschichten von Menschen, die etwas anderes gemacht haben. Und dann sind es neue Handlungen, weil wenn du nur, nur wenn du in der Theorie verstehst, aber nicht handelst, nicht umsetzt, wird sich auch nichts verändern. Also ist auch das unfassbar wichtig. Und ja, ich habe angefangen, genau das zu machen. Ich habe angefangen, umzusetzen, zu verändern. Ich habe angefangen, Dinge zu machen, die mir Freude bereiten. Ich habe meine Ernährung umgestellt und auch das mit der Ernährung war für mich super spannend. Dazu kann ich vielleicht mal, ich habe auf jeden Fall auf YouTube Videos dazu, aber vielleicht kann ich auch dazu meine Podcast-Folge machen, wie das dazu gekommen ist. Sonst würde das hier den Rahmen sprengen. Ich merke schon, wir sind schon fast bei einer halben Stunde. Also sehr gut. Genau. Also ich habe angefangen, mich mit den Dingen zu beschäftigen, die mich zu dem jeweiligen Zeitpunkt interessiert haben. Mit der Ernährung habe ich angefangen, Ernährungsberatung online zu studieren. Ich habe angefangen zu schminken, weil das immer meine Passion war. ich habe also da, mich kreativ auszuüben, auszutoben auch. Ich habe das Ganze angefangen zu filmen und aufzunehmen. Ich wollte schon immer YouTube machen, weil ich zu dem jeweiligen Zeitpunkt gedacht habe, das ist das Business. Damit könnte ich Geld verdienen und ich könnte frei sein. Denn ich habe in meiner vorherigen Erfahrung, einfach in der Selbstständigkeit, in der ich zu dem jeweiligen Zeitpunkt noch war, festgestellt, dass selbstständig nicht frei bedeutet. Es bedeutet wirklich selbst und ständig. 2014 haben wir geöffnet und 2018 bin ich zum ersten Mal im Urlaub gefahren. Versteht ihr? Das ist selbst und ständig. Und ich wusste, ich möchte aber etwas anderes in meinem Leben. Das ist mir bewusst geworden. Und genau, ich habe angefangen, die Dinge auch, die ich gelernt habe, umzusetzen. Ich habe auch angefangen, meinen Interessen nachzugehen. Also auch die Dinge in mein Leben zu bringen, die mir Freude bereiten, die mir Spaß machen. Und das hat dazu geführt, dass daraus etwas Neues entstanden ist. Als Ernährungsberaterin habe ich tatsächlich nicht gearbeitet. Kein Tag, auch wenn ich es abgeschlossen habe. Aber da kam halt die Möglichkeit, als Make-up Artist zu arbeiten, weil die Menschen angefragt haben. Tatsächlich kam einfach erst die Nachfrage, bevor das Angebot überhaupt entstanden ist. Ich habe Nachrichten bekommen, ob ich auch andere Menschen außer mich selbst und meine Freunde schminke. Und dann habe ich gesagt, ja, den mache ich. Und das war eine unfassbar wertvolle Erfahrung. Da ging es auch alles sehr, sehr schnell. Ich habe als Make-up Artist gestartet, habe nach nicht mal einem Jahr oder gerade mal nach einem Jahr habe ich schon mein eigenes Make-up Studio eröffnet und dann auch direkt geschlossen, weil dann die Pandemie kam. Auch sehr spannende Erfahrung. Ihr versteht, was ich euch auch damit zeigen und sagen möchte anhand meiner Geschichte. Es ist nie ein linearer Wachstum, den wir da sehen. Es geht immer auf und ab, auf und ab. Aber jedes Mal, wenn wir das Gefühl haben, zu fallen oder zu scheitern, ist es nie das, sondern immer eine Möglichkeit für Wachstum. Und wenn wir das als solches betrachten, gibt es eigentlich nichts mehr auf dieser Welt, was uns daran hindern könnte, das Leben unserer Träume aufzubauen, das Leben unserer Träume zu erschaffen. Denn am Ende erschaffen wir das tagtäglich mit unseren Handlungen, mit dem, was wir tun und wie wir denken. Weil erst kommt der Gedanke, bevor wir in die Aktion kommen. Ja, 2020 habe ich dann, Ende 2020, habe ich mein Make-up-Studio beschlossen und habe dann mich dazu entschlossen, weil wir auch zum Ende des Jahres dann auch festgestellt haben, dass ich schwanger bin. Das ist auch tatsächlich etwas Geplantes gewesen. Wir wollten Eltern werden. Wir haben aber nicht damit gerechnet, dass es so schnell passiert. Ich kenne es so aus meinem Umfeld, dass es lange dauern kann. Und deshalb habe ich gedacht, okay, hey, wir wollen Eltern werden. Lass uns langsam damit anfangen, weil wir wissen ja nie, wann es dann funktionieren und klappen wird. Tatsächlich hat das sofort geklappt. Wie gesagt, damit haben wir nicht gerechnet. Aber wir wollten es. Und ja, da war es für mich klar, okay, Pandemie, man weiß nicht, was passiert, wann wir schließen, wann wir öffnen dürfen, wann wir überhaupt arbeiten können, wann nicht. Was ich noch nicht in meinem Leben probiert habe, ist Mutter und Hausfrau sein. Dann probiere es doch einfach mal damit. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, auch wenn es wirklich nicht einfach war, weil wir so, so viel Herzblut, Tränen und Fleiß und Schweiß in dieses Studio hineingesteckt haben, haben wir uns dazu entschlossen, das Make-up-Studio zu schließen. Und ja, ich habe dann angefangen, das Leben, eine Hausfrau und Mutter zu führen, obwohl ich da noch nicht Mutter war. Ich war ja noch schwanger. Und habe relativ schnell da gemerkt für mich, das ist nicht das, was mich erfüllt. Und auch wenn ich gerne, also es war jetzt nicht so, dass es mir unfassbar schwer fiel oder keinen Spaß gemacht hat, ich habe einfach nicht die Erfüllung am Ende des Tages gespürt. Also egal, wie sauber es zu Hause war, ob die Wäsche gewaschen war und das Essen auf dem Tisch stand, ich habe am Ende des Tages das Gefühl gehabt, dass ich nichts gemacht habe. Also nichts bewirkt habe, nichts verändert habe, kein Beitrag gewesen bin. Und da habe ich mich in eine Meditation hingesetzt. Das weiß ich noch ganz genau, dieses Gefühl, auch dieses Gefühl tagtäglich zu haben, dieses Gefühl von nicht erfüllt sein, obwohl alles ist in Ordnung, aber du bist nicht erfüllt. Ich habe mich zum Meditieren hingesetzt und habe eine Intention rausgeschickt und habe gesagt, hey, ich habe die Zeit noch und die Kraft und die Energy etwas zu tun. Und bitte schick mir ein Zeichen, was ich machen könnte. Und keine paar Tage später hat mich eine wundervolle Seele angeschrieben und meinte, hey, Vika, ich habe da was. Ich würde so gerne mit dir zusammen arbeiten. Erzähl mal, wollen wir mal miteinander sprechen? Ja, und wir haben dann telefoniert und so ist Network Marketing in meinem Leben gekommen. Und ich habe tatsächlich in dieser Zeit, das war, glaube ich, das Krasseste, was da eigentlich abging in den mittlerweile drei Jahren. Weil all das, was ich vorher in der Theorie gelernt und gelesen habe, all die Bücher, die ich gelesen habe, all das, was ich in dieser ganzen Zeit gelernt habe, also von 16 bis 20, diese vier Jahre, es hat sich schon einiges in meinem Leben verändert, definitiv. Und es hat auch Früchte getragen, definitiv. aber was ab dann kam, war einfach, das ist unglaublich. Ich sage auch immer wieder, dass mein Erfolg kannst du, kannst du nicht erklären. Also das kannst du, das kannst du nicht logisch belegen. Das ist, wenn man es so betrachtet oder wenn man mich so sprechen hört, es hört sich wirklich wie Magie an. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass da auch Magie drin steckt, definitiv. Aber natürlich auch Arbeit, Arbeit vor allem an deinem Mindset. Denn durch unsere Gedanken erschaffen wir eben unsere Realität. Durch unsere Gedanken gehen wir in die Handlung, in die Umsetzung. Und durch die Gedanken, erst ist der Gedanke da. Das ist das, was uns dazu antreibt, eine Handlung im Außen, in die Aktion zu gehen oder eine Aktion, eine Handlung zu vollziehen. Es ist der Gedanke. Und Gedanken entstehen auch unter anderem oder mit dazu sind auch unsere Gefühle, ein sehr, sehr, unser Zustand. Also unsere Gefühle, so wie wir uns fühlen, so wie wir denken, das ergibt unseren Zustand. Und auch dieser Zustand ist unfassbar wichtig dafür, was wir uns in unserer äußeren Welt dann erschaffen, was da entstehen darf. Und ich bin in dieser Zeit, habe ich für mich halt gemerkt, okay, all das, was ich in der Theorie die ganzen Jahre, die letzten vier Jahre gelernt habe, jetzt ist die Bühne oder die Möglichkeit da, das alles auch umzusetzen. Denn im Network ist es tatsächlich, also für mich war das so, ist es Umsetzung, Umsetzung, Umsetzung. Du arbeitest mit Menschen zusammen. Und ich sage es euch, Leute, und ich kriege schon wieder Gänsehaut, Menschen ist immer unsere, die Menschen sind unsere Spiegel. Das ist unsere Projektionsfläche. Nur durch andere Menschen entwickeln wir uns unfassbar schnell weiter. rasant. Also wenn du das Bedürfnis hast, einen Quantensprung zu machen, also einen schnellen, einen schnellen, schnellen Übergang von dem jetzigen Level in dein Next Level. Fang an, mit Menschen zu arbeiten. Fang an, zu analysieren, was diese Menschen dir spiegeln. Was diese Menschen dir zeigen. Denn diese Menschen zeigen dir immer wie ein Spiegel. Die halten dir nur den Spiegel hin. und zeigen genau die Punkte, die du noch nicht siehst. Die blinden Flecke, wo du noch kein Gefühl für hast, wo du noch nicht verstehst, dass das genau das ist, was du jetzt brauchst für dein Next Level. Und das ist das, was passiert ist. In diesen letzten drei Jahren und vor allem im ersten Jahr im Network habe ich all das, was ich gelernt habe, war ich jetzt, stand ich jetzt davor, das auch wirklich in Aktionen zu sehen. Also wie weit habe ich mich wirklich entwickelt? Wie viel hat sich wirklich mein Mindset verändert? Mein Bewusstsein? Bin ich jetzt bereit, auch die Dinge, die ich gelernt habe, von denen ich weiß, so und so sollte man das jetzt vielleicht machen, bin ich bereit, die Dinge auch zu tun? Bin ich bereit, in diese Aktion zu gehen? Und oh mein Gott, war das schwer. Natürlich. Ich habe das erste Mal in einem Teammeeting gesessen, wo ich meine Geschichte, einfach nur meine Geschichte mich vorstellen sollte, meine Geschichte erzählen sollte. Ich habe gezittert. Ich habe geschwitzt. Ich habe keine Luft bekommen. Ich war auch hochschwanger, aber versteht ihr? Es war eine unfassbar große Herausforderung. Denn in der Theorie, ich habe ja vorher schon auch YouTube-Videos gedreht. So ist es nicht. Ich hatte auch so ein bisschen Praxis sogar. Und dennoch war das eine neue Situation für mich, die mich total aus den Socken gehauen hat. Und was ich euch damit sagen möchte, ich möchte euch dazu ermutigen, neue Dinge zu wagen. Das Risiko, Risiko freue dich, in das Neue zu gehen. Denn da ist dein Wachstum. Dein Wachstum ist nie in deiner Komfortzone. Nie. In deiner Komfortzone ist alles, so wie immer, es ist bequem, es ist angenehm, es ist so, wie du es auch erwartest. Es kommt nur so, oder es kommt nur das, womit du auch rechnest. Nicht mehr, weil du bist ja auch nicht bereit, ein bisschen mehr zu tun, einen Schritt weiter zu gehen. Und das ist das Spannende, was hier passiert ist. Wie gesagt, die Menschen haben mir unfassbar viel gespiegelt. Ich durfte lernen, meine Komfortzone zu verlassen. Ich durfte unfassbar viel durch die Menschen, mit den Menschen zusammen wachsen. Dafür bin ich endlos und für immer dankbar. Also Persönlichkeit im Network Marketing, sage ich euch so, wie es ist, ist Persönlichkeitsentwicklung so weit oben. Und ich sage auch, das ist für mich ist erstens, das ist der Weg zu einem selbst. Du kommst dir selbst sehr viel näher und lernst unfassbar viel durch andere Menschen, durch diese Projektion, durch die Spiegel, über dich selber kennen. Und es ist Persönlichkeitsentwicklung, nur dass wir dafür bezahlt werden. Das ist alles. Das ist Network Marketing. Plus, es gibt sehr viele Goodies. Wir können ja super gerne auch eine Podcast-Folge dazu machen. Sehr, sehr gerne. Welche Vorteile Network hat, was ich schon alles erlebt habe und was ich auch in meinem Team mit meinen Mädels erlebe. Aber es ist so unglaublich. Wie gesagt, in der Zeit, in den letzten drei Jahren, aber vor allem im ersten Jahr im Network, ist einfach alles explodiert. Alles. Und alles, was ich bis dato in mich investiert habe, in mein Mindset investiert habe, in meinen Zustand, in meine Art und Weise, die Welt zu sehen. Leute, es ist so viel besser als Blogger sein oder YouTuber sein, sage ich euch ehrlich, wie es ist. So viel besser, weil das, was ich unter Blogger und YouTuber sein mir vorgestellt habe, so war es auch nicht unbedingt. Ich habe das so unfassbar hart. 2017, als ich angefangen habe mit YouTube, habe ich so viel da reingesteckt und da ist ein Bruchteil davon oder nicht mal. Ich habe super viel gelernt und ich bin super dankbar für diese Erfahrung. Aus mir ist kein YouTube-Star geworden, was überhaupt nicht schlimm ist, denn das, was ich als Erfahrung einfach mitbekommen habe, ist sehr, sehr viel wertvoller und ich weiß jetzt, dass das eine Möglichkeit ist, um mit Menschen in Verbindung zu treten, definitiv, aber dass es im Network so viel einfacher ist. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das ist das, wo ich verstanden habe, dass ich für etwas anderes bestimmt war und dass ich alles, was ich bis dato gemacht habe, es war großartig. Ich sehe auch und das ist vielleicht eine Sache, die viele Menschen daran hindert, ins Neue zu gehen. Ich sehe auch nicht, dass ich in irgendetwas gescheitert bin in meinem Leben und ich habe viele Dinge, auch bevor ich die erste Selbstständigkeit gestartet habe, habe ich nach meinem Schulabschluss, habe ich angefangen, also nach meinem Realschulabschluss, habe ich angefangen, nach Möglichkeiten zu suchen, was ich denn noch machen könnte. Möchte ich einen höheren Abschluss, Fachabi zum Beispiel oder Abitur machen und ich habe die Dinge auch angefangen, aber ich habe sie nicht beendet, ich habe sie abgebrochen und jeder würde sagen, oh mein Gott, du bist gescheitert. Nein, ich habe mich einfach für etwas anderes entschieden und das ist mein freies Recht und das ist auch dein freies Recht, deine Meinung zu ändern. Das war ja auch mein Konflikt mit der Berufsausbildung, weil ich dachte, oh mein Gott, drei Jahre, klar, ich hätte es auch abbrechen können. Ich war aber nicht ready, mich für eine Sache zu entscheiden und das nicht nur die drei Jahre machen zu müssen, sondern mein Leben lang, weil diese drei Jahre investiere ich ja da rein, dann kann ich ja nicht nach drei Jahren was anderes machen. Könnte ich theoretisch schon, aber dann wäre das wieder nur ein klein Bruchteil vom Gehalt. Als Azubi bekommst du halt eben nicht viel. Versteht ihr, was ich meine? Und das war für mich ein Struggle, wo ich gesagt habe, nein, ich glaube, ich möchte was anderes in meinem Leben ausprobieren und ich möchte viel Geld verdienen. Also ich wollte schon immer viel Geld verdienen, das muss man dazu sagen. Ich wollte schon immer viel Geld verdienen, weil ich aus dem Dritten Weltland komme. Ich weiß genau, was es bedeutet, kein Geld zu haben, wenig Geld zu haben. Wie gesagt, auch kein Geld zu haben und ich wollte immer viel Geld verdienen. Ich habe nie in Geld irgendwie was Schlechtes oder was Böses gesehen, sondern immer nur die Möglichkeit, mehr Freiheit im Leben zu haben, mehr Entscheidungsfreiheit, Entscheidungsmöglichkeiten zu haben. Und nach wie vor oder jetzt, heute, sehr viel stärker begreife ich und verstehe ich, dass Geld nur Energie ist und Geld verstärkt, ist ein Verstärker und verstärkt nur das, was schon da ist. Und wenn du ein guter Mensch bist, dann wird das Geld unfassbar durch dich oder dich als guter Mensch verstärken und du kannst dadurch unfassbar noch mehr Gutes tun, noch mehr positiv deine Umwelt, deine Mitmenschen und darüber hinaus beeinflussen. Wenn du kein guter Mensch bist, dann wird auch das vom Geld verstärkt. Also Geld selbst ist neutral. Es ist weder gut noch böse. Nur wir Menschen machen es dann dazu, weil es eigentlich einfach nur ein Verstärker ist. So wie alles Energie ist, ist Geld eben auch Energie und wie gesagt, ein Verstärker. Ja. Und in dieser Zeit im Network habe ich unfassbar viel gelernt, durfte ich unfassbar viel über mich lernen, über mich hinauswachsen und jetzt auch heute hier sitzen so viele Menschen begleiten, meine Fähigkeiten verstehen und kennenlernen, meine blinden Flecke und natürlich bin ich noch nicht am Ende meiner Reise. Ich habe gerade erst angefangen und alles, was ich bis jetzt, bis heute erreichen durfte, ich bin unfassbar dankbar dafür. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich mir das alles manifestiert habe mit der Kraft meiner Gedanken unter anderem und natürlich mit den Handlungen im Anschluss, definitiv. Aber am Anfang ist immer ein Gedanke, ein Gefühl, ein Gedanke, der ein Gefühl auslöst und der dann dazu, uns dazu befähigt oder dazu führt, dass wir in die Handlung kommen und diese Handlung, diese Umsetzung ist unmittelbar damit verknüpft, mit welchen Gedanken, mit welcher Intention und in welchem Zustand du das, also mit welchen Gefühlen du das Ganze machst. und wenn du losgehst und wirklich mit einem offenen Herzen für die Menschen bereit bist, für die Menschen zu dienen und für die Menschen dich weiterzuentwickeln und ein Stück weit damit diese Welt zu verändern, zu verbessern, dann wirst du immer Geld haben. Du wirst immer Geld haben. Weil dieses Geld genau das noch weiterhin verstärken wird. Weil es auch einfach für das System, für die Matrix, für das, worin wir leben, diese Realität auch vom Wert ist. Denn es geht immer um Evolution und es geht immer darum, dass wir uns immer weiterentwickeln und immer auf einen neuen Level, weiter auf einen neuen Level kommen. Und wenn du dazu beiträgst, die Menschen, dich vor allem an erster Stelle, aber auch die Menschen um dich herum auf ein neues Level zu bringen, dann wirst du immer von diesem System, von der Matrix bevorzugt. Das ist das, wie ich diese Welt sehe. Das ist das, wie ich das Leben sehe. Und das ist nur der Anfang ein Bruchteil davon. Und ich wollte unbedingt heute in dieser Podcast-Folge meine Geschichte mit dir teilen. Ich hoffe, dass du dir einiges davon mitnehmen konntest oder vielleicht das ein oder andere Aha-Erlebnis hattest, dass ich damit dich inspirieren kann, motivieren kann. Schreibt mir unfassbar gerne Themen, die ihr gerne im Podcast behandelt werden möchtet. Fragen, wenn ihr welche habt, das können wir auch super gerne machen. Ja, das so kurz, kurz, 40 Minuten, kurz zu mir, zu meiner Geschichte. Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr einiges für euch mitnehmen konntet. Wenn ihr das ein oder andere ausführlicher behandeln möchtet, sagt mir super gerne Bescheid. Ansonsten freue ich mich unfassbar über eure Kommentare, wenn ihr das Ganze auf YouTube anschaut oder auch, ich weiß nicht, ob man auf Spotify und so kommentieren kann. diesen Podcast wird es auf YouTube geben und ich glaube, überall, wo es Podcasts gibt, sagt man das so. Ich weiß nicht, ob ich das so technisch hinkriege, aber mein Mann wird mir ganz sicherlich dabei helfen. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Es hat mir vor allem viel Freude und Spaß gemacht, in etwas Neues zu gehen. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du mit am Start bist und ich freue mich so sehr, auf deinem Weg ein Pflasterstein, ein Puzzleteilchen zu sein, der dich vielleicht dazu inspiriert, mehr zu wollen, in die Umsetzung zu kommen, an dem Mindset zu arbeiten und an deinem Zustand. Bis ganz, ganz bald. Deine Vika